Das Video hier stammt noch vom Deponia Marathon, das haben Marcel und Lukas aufgenommen, irgendwann um 7 Uhr morgens, nachdem wir fertig waren mit dem Deponia Marathon. Und ich hab das auf meinem Computer gefunden, hab's mir angeguckt und ich persönlich fand es sehr lustig, deswegen lade ich euch das jetzt auch noch hoch. Viel Spaß damit. Und damit sind die Probleme gefixt und wir sind wieder da. Und ja, wie schon angekündigt, Kanalübernahme von mir und Lukas. Und First Blood. Wir haben ein bisschen besondere Spielregeln und zwar hab ich die Maus und Lukas hat die Tastatur. Und wir versuchen uns hier gerade auf Darius Account... Auf Challenger zu boosten. Also unsere Mains sind ja beide auf Challenger. Ja, genau. Wir machen Road to Challenger. Das könnte ein bisschen... Und ich hasse die beiden und ich will sie bluten sehen. Und deswegen, wenn die das Spiel verlieren... Sagst du mir, wenn ich Kuss zu Lastwitten benutzen soll, wenn du die mit Autotext nicht mehr bekommst? Sollten die das Spiel verlieren, dürft ihr ihnen eine Challenge in die Kommentare schreiben und ich suche dann eine aus den Challenges aus und die müssen die dann machen. Alter, der Farm läuft schon mal richtig gut gerade. Soll ich... Kriegst du, oder? Nice. Warum ist er denn so passiv? Ich will traden mit ihm. Was? Wie traden wir? W... Äh... QW. 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 QW Autotext. QW. 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 Oh fuck, du. Du musst halt schon nicht im Schatten stehen bleiben. Warte, ich muss auch auf ihn drauf... Ja, ja. Warum hast du die überhaupt auf 1 gelegt? Was ist das? Das hat der Darius auf 1 gelegt. Oh mein Gott. Das ist nicht mal auf 1. Das ist auf der Maus. Hä? Das hat der Masette auf 1 gelegt. Ich hab's auch schon noch. QQQQQ. Okay. Wir können... Ich muss... Q muss ich auf ihn draufklicken. Ja, ich weiß. Aber wir... 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 Scale, scale, scale. W, oder? Jetzt engage. QW. Ja, ich bin nicht in Range Free... Wegflashen. Flashen. Flashen. Ne. Flash auf ihn drauf. Mach irgendwas. Nein. Okay, raus. Du hast die E gemisst. Wie hab ich die E gemisst? Oh, fuck, fuck, fuck. Okay, nein, nein, nein. QW. Ich hab... Wir haben noch keine W. Und der U-Deal-Flash. GG. So boostet der. Nicht! Nein! Wenn der jetzt fieldet. Okay, backporten. 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 Okay. Kein Ding. Alles gut. Ping, 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 ping. Ey, was? Okay, okay. Dorans. Hier fort. Und... Und in die Lane. Okay, kannst du behen? Ja, ja, mach ich, ey. Okay, perfekt. Tab, tab, mach mal tab. Ach, ach, tab, ja, ja. Okay, wir sind nur 10 CS behind. Voll gut. Und jetzt pusht ihr noch die Wave rein. Oh, oh, oh. Flash, Flash, QW, Flash, QW. Flash, QW, Ignite. Flash, QW, Ignite. Ja, du musst halt Q'en! Oh, wow. Nein, fuck. Oh, das hat überhaupt nicht funktioniert. Du hast ja in der Maus... Das mit der Maus... Platzierung voll... Aber das mit dem Lasten hat gerade, das ist gut geklappt. Warte, ich kann W gleich? Nee, den habe ich, den habe ich. Jetzt W, 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 W. Nice! What, what, what? Yeah, what, what, what. Perfekt. Pumsen mit Auto-Tag? Ja. Nice. Alter, den Flash haben wir gerade richtig used. Oh, das sah richtig bitter. Und das mit der Kette war halt auch übel. Oh, ja, ich muss die Kette aimen. Das ist voll schlimm. Aber, ey, unsere CS sind echt not bad. Da kann man nichts sagen. Warte, wir wehen jetzt gleich ein. Ein W, ein W. Okay. W? Was? Oh, Gott. Gott, dammit. Ey, 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 ey. Wow. Wir werden so ge... Hat Blatt wahrscheinlich bald Ulti. Warte, die Trades laufen halt richtig bad, weil es null koordiniert ist. Wenigstens sind wir nicht gestorben. Ja. Machen wir ein W? W, 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 W. Okay, weg. Lass mich... Weg, 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 weg. Weg, weg. Weg, 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 weg. Nein, mach irgendwas. Okay, okay, backporten, backporten. Den haben wir outplayed. Oh, und Uje, das ist Tiger, Uje. Nein. Oh mein Gott. Sollen wir doch für die Weich bleiben? Wenn wir jetzt Flash hätten, ey. Mach, mach, mach. Nein, weh zurück. Ulti... Wir haben hier Ulti-Ketten, Ulti-Ketten! Ulti-Ketten! Ja! Ja! Mach, Tutsi, 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 Tutsi! Shichi! Oh! Oh! Okay, backporten, backporten. Wir sind so gut. Get rekt! Der Difen sitzt gleich. Ich kann den Film gerade richtig hart übersteuern. Okay, okay. Okay, ja, ja, eh, eh, eh. Morellos, oder was? Nee, ich geh für den Damage. Aber du gehst jetzt nicht, what's up, erstes Item, oder? Nein. Hobe ich doch. Okay. Okay. Warte, lass mich. Ja, ja. Sorry. Nee, nee. Oh, du musst halt schon weiterlaufen. Okay, okay. U-Deer. Oh, der ist Level 4. 3 Level unter hier. Aber ich glaub, der kann ihn machen. Ich beliefe ihn. Ja, aber ich glaub, er ist trotzdem nicht schlecht. Er hat keinen Flash. Er hat keinen Flash. Ping, 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 ping! Ping ihn! Ping ihn! Okay, okay. Nee, nee, ja, überlebt! Ja, G, G, oh. Oh, er tagzt. Wir machen gleich W, oder so. Okay. Er hat halt dieser Sound. W, nee, nee, wir haben keinen W. Was? Das war der Falsche. Ja. Goddammit. Soll er noch einen Botlane roam? Ähm, ja, ja. Wieder kurz mal rein, wieder kurz mal rein. Okay, wir gehen fort. Oh, ich glaub, Draven deckt die Gölten gerade. Bestimmt kommt Evelynn auch gleich. Wieder rüber, wieder rüber. Ja, 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 chill, chill, chill. Nein! Wow, du bist so bad, ey! Ulti, 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 KS. Oh, Goddammit. Junge, ich muss mit der Maus da über die Wand. Sonst kann ich nicht wehen. Egal, unser Mate hat den... Hier, ward, 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 ward. Ich hab gerade fast irgendwas. W, 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 w. E, e, e. Geh auf die E. Junge. Alles gut. Und, mach nen Pott rein. Wow, ey. So boostet. W, w, w. Okay, ne, mach mal mein. Ich hab gedacht, wir w, w, kuhnen jetzt noch auf den Set und dann können wir mit der w Farmen und Tränen gleichzeitig. Soll ich wehen? Ja. Okay. Perfekt. Sorry, ich hab gedacht, du kriegst ihn mit dem Autotech nicht. Wie ist die da ab, ne? W, 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 w Das war halt ein bisschen missplayed von uns, aber... Mach mal, tap 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 tap, ich muss wissen, ob die Gegner AP Damage haben. Äh, naja. Bisschen. Ähm, ich weiß nicht, was ich bauen soll. Äh, äh, nee. Naja, Sonja's first ist halt nicht so gut. Geh mal ein Boot. Naja, genau. B, B, B. Ja, entschulde, ich B über den Tower. Perfekt. Der pusht natürlich aus. Okay, aber das geht eigentlich schon. Oh, das ist das so bitter. 64 zu 44, also nur 20 CS behind. Und... Einen Kill und... Ja, gut. Alter, wer macht den Tower? Mhm. Jetzt geht er weg. Okay, W ulti, W ulti. E? E? Ah. Q? What? Oh, das ist ne Evelyn. Goddammit. Das ist mir gerade auch aufgefallen. What? Sollen wir zum, zum Break? Ne, lass uns in der Mitte bleiben. Ne, sicher in der Mitte würde ich bleiben. Erstmal, wir können noch ein bisschen Druck aufbauen auf den Set. We? Junge. Oh, okay. Mach irgendwas. Ulti. Flash, Flash, Digga. Oh, Flash. Das ist mega verwirrend. Ich dachte, wir können dann mit der W ulti escapen, aber dann... Also, das mit der Maus ist halt... Mach du einfach die Calls, wenn ich wehen oder ulten soll. Aber dann... Das hab ich doch gemacht. Ja, okay, aber dann... Dann muss ich halt... Auf mehr drauf hören. Ja, hab halt noch ein bisschen an der Kommun... Kommunikation. Kannst du wehen und ich lauf instant weiter. Weh mal. Ne, bleib ich stehen. Oh, shit. Mach mal tough. Oh, töten ja den. Oh, der hat sogar einen Tauchschub gefressen. W ult. Ne, W Q ult. W Q ult. W Q ult. W Q ult. W Q Q. W zurück. Weg, 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 weg. Ich glaube, das mit der W aktivieren. Wir fern schon. Darius nicht. Q Q Q Q. E1, 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 E1. Nein, I1.... Okay... Oh, fiel meine ausgegangen! Ja, ich weiß noch nicht ob du der Titel von Autotext bekommst. Okay, also ist schon raus. Bottlen, Bottlen len票 радromm. Ja, braun. N Philippines. W-W-W-W-W E-E-E Wir haben die E raus Ulti? Nein! W-W-W-W-W Nice! GG! Wir haben uns ganz verdient den Kick geholt Wir stehen 2-2, Junge Wir verdienen aber den Mid-Tower wahrscheinlich Eigentlich gehst du auch gut zuerst Ja Weil wir wegen unserem komischen Item Wird uns keine guten Items kaufen können Gott der Welt Ich hätte mir doch das andere holen Ja, Codex-Ausbau Ist jetzt viel besser gewesen gewesen Okay, dann mitten im Tor Weg 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 Flash larch Er hatte noch 9 HP und der Scheiß Sett Die EVE ist so schnell, ey Achte sagen Soll ich was schreiben? Nein Schade Outplayed Wie? Wie? Macht Damage Er macht Damage. Er macht Damage. Sehr schön. Okay, der Drain will carry uns bei der 7-2 stehen. W-w-w. Okay. Good job. D. Doppelpunkt D. Warte mal, wir haben die Nieder-D-Top. Guck mal, was die da... Sie sind ja richtig dumm. Ja, Nieder-D-Top. Okay, die hat 2 kill. W-w-w-w. Nice, alle 3 bekommen. W-w-w-w. Gleiche W-w-w. Jetzt W-w-w. Nice. Ist egal, ich hab uns geultet, aber... So krass und cool. Lass mal Top den Kill abschimmeln. Okay, das wird passieren. Aber wir haben egal... Kannst mal gucken, ob der beste Platz hat. Ja. E-e-e. E-e-e. Q? Q? E-e-e. E-e. Q? Nice, nice. Der Z ist da. Der... Der denkt, wir laufen jetzt. Nein, in die Mitte. Der ist halt 2 Level über uns. Das ist halt... W-w-w-w-w-w-w-w. Ult, 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 ult. What the fuck? Oh, nö! Goddammit! Aaaaaahhh. Okay, wir hätten vielleicht aus... Ich hätte vielleicht nicht so... Du hattest W-ult, ja und ich W-W-ult, was? Ja, okay. Ich hab vielleicht ein bisschen getrollt, aber... ...das ist nur so voll die Versuchung mit Levelay. Was bauen wir jetzt eigentlich? Morell und Omikron bauen wir gerade. Sehr gut. Wir haben eigentlich gar kein Item bisher fertig, weil wir uns nur Teil-Items gekauft haben. Ja, weil du meintest, wir müssen zuerst Boots fertigstellen. GG. Für die Roams, weil wir Zett nicht mehr eins gegen Einsen können. W-w-w-w. Ku-ku-ku. Na fuck. Ping. Achso, ja. Ey, der will den Zett diven, ne? Und er hat ihn sogar gehockt. Aber er hat ihn nicht geflayed bekommen. Hätten wir mal reagiert, dann hätten wir da jetzt tot. Ich dachte dann, dass was passiert. W-w-w? Ne. Oh, jetzt b-m-t der Zett. Obwohl er gehockt wurde. Was uns Crap dort? Äh. Wie bald ist denn der SV? 3-4? Na ja. Ku-e-e-e? Ah fuck. Ne, da wo. Chichi. So bad ist auch wahr. Wow, der Roku, der war ja... Wenn er ultet, wie... Mach Ku-Ku-Ku-Ku-Ku. Ku-Ku. Oh goddammit. W-w-w-w-w-w-w-w-w. B-bass. Das B-bass. W-w-ult, ult, 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 ult. E-e-e? Ne, ne, ne. W-e? Nein! Nein! Scheiße! Die hätte uns sonst auch noch bekommen. Also, weil die ist viel schneller als wir. Ja, ich weiß. Deswegen hab ich gedacht, wir versuchen lieber sie noch zu killen, aber es war halt... naja. Shit! Ah, es läuft grad nicht so gut. Es läuft eben grad gar nicht gut. Flash? Kein Flash. Easy. Haben wir Home? Weh, 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 weh. Der Hook! Oh, lol. Der sind damage. Wieder weh, 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 weh. Ja. Nice! Drake. Wir machen halt in dem Spiel echt gar nichts. Ping, ping, ping. Äh. Du läufst da nicht hin, ne? Ja, ping. Ping, ping, ping. Ja, wir haben noch gepinkt! Ja, aber help. EE. Q. Du? Chill, ich muss nicht ab. W. Nice! Unser Track. Da ist ein Ping. Ping, ping, ping. Ping, ping, ping. Chill, warum ping? Ja, das ist die... W ulti? Nice. Fuck. Lass ihn die nehmen. Der geht weg. W? W? Weg, weg, weg. Nice. Oh, shit. Flash, flash, flash. Nein! Oh, Gott. Ja, sorry, aber das mit dem Flashen... Ich meine, ich kann es nur machen, wenn du fallst. Hahahaha. Ohhhh. Haben wir überhaupt irgendein Item fertig? Ja, haben wir. Ja, wir haben einen Moreno-Nomicron. Oh, wir standen 3-3 und dann ging es bergab. Große Frage ist, ist das jetzt mechanisch eine Aufwertung zu darin ist oder nicht? Ich hab echt eine Frage. Kopf nicht. Also auf LeBlanc vermute ich schon, ja. Also easy. Cool? Wie, 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 wie? Wir haben halt Kulti-Ketten, das ist halt... Ich hasse das. Weil W und Q finde ich besser mit, als Ulti. W, W, W... Nee, nee. W, 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 W... E... Ulti... Q, W, Q, W... Nice! Ich hab ihn sogar noch ignited, ohne dass du's gecallt hast. Bin ich gut oder bin ich gut? Äh, können wir uns überhaupt irgendwas kaufen? Wir holen uns rechnen über großen Stab. QW, QW. E, E, E. Warte, wir machen gar kein Damage. Wir machen so unglaublich wenig Schaden. Egal, Draven ist gefeatet. Hier, wir haben uns jetzt auch ein geiles Item gegönnt. Naja, ein geiles Teil-Item. Geiles Item können wir uns noch gar nicht gönnen. Viel zu behind. Ich mein, 83 Farms nach... 20 Minuten ist jetzt halt auch nicht so... Das geht aber... Nee, eigentlich nicht. Da wehen wir gleich rein. Ja. W, W, W... Aber ich glaub, es war eben Taxless. Nice, wir haben zwei bekommen. Ja, die andere hat jetzt... Das Q, W, E. Q, W, E. Wir haben keine W ab. Alles mögliche, einfach draufhauen. Nice. Aufsache den Großen bekommen. Wow, der Nautilusdruck. E, E. Nein, nein. Nein, nein, geh raus. Ulti. W. E. W. Nein, Boah... What? Q. Okay. Wir sollten jetzt gleich mal Wun hier wofossen. W... W... Q... Q Alt hier? Nee. Nee, wir sind nicht recalte. Heff. Du, du musst ihn schon target... W-, 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 w- Ich kann ihn trotzdem nicht targeten, wenn du ihn nicht auf ihn gehst. Wir müssen nur peelen eigentlich. Für Draven, ja. Und die einzigen, die wir peelen können, sind eigentlich Wulibär und Evelyn. Und Zed. Nein, Zed können wir nicht peelen, der hat ne Ulti und so weh. Da bin ich aber anderer Meinung. Weh, weh, weh. Wir sind so unglaublich wie heute. Und wir sind halt auch hart am Fieden. Geht so. Oh, guck dir die Männer an. Ja, die kriege ich eh nicht. Zongja mit. Was? Wir machen... Wir sollten Berlin Awarden zumindest. Cool. Okay, wir sollten da hingehen. Unsere Map-Awareness ist halt... Ich war aber auch grad mit Farben beschäftigt. Vier? Ja, 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 ja. Vier? Vier, 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 vier? 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 Vier. Achso, ja. Wir haben einen Auto-Attack geklaut. Das ist ja schon wieder richtig witzig. Back, back, back. Habt ihr Baron nicht geklaut bekommen? Back? Nein. Hm? Ja, ein Ping. Ich hab... Back. Wie? Achso, du willst back porten? Sag das so. Ne, wir haben Baron nicht geklaut bekommen. Wir haben Baron geholt, indem wir Auto-Attackt haben. Also wir haben den Lasten geholt gegen unseren Dungler. Also du? Also ihr zwei? Ja. Mit Leblanc? Wow. Ja, mit den Leblanc Auto-Attacks. Wow. Ähm, hast kein Geld verloren. Okay. Oh, der ist halt boosted. Where is my team? Oh ja, das ist die Standard-Aussage. Ich hörte mal den Bronze 5 auch immer. Backport, backport. Ich hab doch Backport. Ja, ich hab doch Backport. Ja. Wir brauchen noch 100 Gold. Okay. Wir brauchen einen Woid Staff dann noch, glaube ich. Nice. Hm. Wir müssen das dann. Is asking for Assistants. Bei den Nautilus können wir hart outplayen. Oh, da sind drei Leute. Da war noch jemand im Busch hinten. Ist das glaube ich. Dann sollten wir ziemlich aufpassen. Könnt doch. Ja. W, 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 W. Ult, 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 Ult. Okay. Es ist aber okay. W. Was ist mit der... Ich hätte der Ulti nicht reaktivieren müssen, glaube ich. Die W hättest du nicht reaktivieren müssen. Ja, aber dann... Dann hätte ich den... Dann hab ich den ganzen... ...habe ich eine höhere Chance den ganzen Dead-Amager selbst schon oder nicht? Hey, ich würde einfach W Ulti. Und weg. Und jetzt außerhalb der Welt. Ja, oder so. Aber dann bunt man keine zwei Spells. Wer ist das? Wer ist das? Wahrscheinlich Woli. Wir sind ja auf dem Weg. Du Nord 4. Wir haben beide Chains gemisst. Das war extrem traurig. Weißt du, was macht das extrem traurig ist? Was hältst du das Gesicht? Lul. Was willst du da gerade kaufen? Nice. Voll viele Minions zu kaufen. Ja, also vier Stück. Aber wenn man unsere Minions pro Minute ansieht, dann ist das schon mal ganz gut. Also so im Vergleich. Alter, 100 Minions nach 30 Minuten. Sag mal, warum geht der denn? Warum geht der denn Devourer auf Tiger Udy? Ist das echt so nice? Hat die noch Ulti Mark drauf? Nee. Ah! Wee, 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 Ulti, wee, Ulti. Cool. Ja. Irgendwann haben wir den Minion bekommen. Vier. Wir müssen nur kleinen Devourer. Da ist ein Wod. Oh, da ist ein Wod. W. Wir hätten einfach ein Wod kriegen können. Ich weiß nicht, ob wir Ulten müssen. Okay, W. Okay, okay. Oh, die macht jetzt aber Inhab. Ich mache keinen Damage. Ich kann nichts raus. Ich kann mir doch, aber ich bekomme noch nichts raus. Oh Gott, der geht Splitpushen. Der Wod, der hat ZZ Rock gebaut. One me, one me, Pooh. Weißt du, dass es voll untill ist? Weil das ist ja gar kein... Ich wollte Q. Oh, sorry. Ja. Nein! Nein! Gott, der nicht! Ich wollte gerade noch Q. und ich habe gedacht, der W. damit schreit aus. Äh! Nice. Lull. Der hat hier irgendwo ein ZZ Rock stehen. Ja. Der hat jetzt schon wieder Full Life GG. Das Life-Steal, ja. Warte mal, hat er ja... Wo laufen wir hin? Ich will den Kanon... Den Kanonenwasser will ich haben. Ich auch. Äh, Auto Attack... W. E oder andersrum. Der hat keine W. W, W, W. Ulti. E. Uuuh, aber das war Warfett. Wenn der überlebt, war es Warfett. Hat der noch Flash-Cleanse? Ne. Ne, es war nicht Warfett in meinem Fall. Ne, war es echt nicht. Es war nur 2 für 1. Hm. Oh Gott. Ne, hier, nicht weit. Ping, ping. Super Flash, ja. Ne, die One-Shotten die einfach. Geil. Da, da, da. Oh Gott, oh geil. Die Gegner können nicht mit Udyr dealen. Der Hulk! Oh, und niemand followed! Weil es hier Bronze 10 ist. So 8 Sekunden. Alter, die, also... Niederle und Uni stehen halt direkt daneben. Wee. Re-Gruppe. 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 reservation 5 Indien bites. Re-Gruppe. Re-Gruppe. Neeeeeeieis. Coat- Re-Gruppe. Re-Gruppe. Neeeoiiissz. Re-Gruppe. Re-Gruppe. Wo ist die Re-Gruppe? Re-Gruppe. Re-Gruppe. Er ist auf das falsche Objective gegangen. Und das war der dritte Drax und der ist nicht wichtiger als der Barrel. Er könnte auch zwei Minuten den Gegner durch den Jungle chasen, indem er weiter für den Kill geht. Da war kein Gegner. Yeah. Back. Muss da bleiben. Cool. Wie, 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 wie? Flash, Flash, Flash! Sie sind tot. Oh, goddammit! Über 800 Sonjas. Wo kam der denn her? Das hab ich auch nicht bemerkt. Aber unser Bildschirm war halt auch irgendwie... Der soll uns aber ulten, weil wir useless sind im Gegensatz zu Fat Draven. Oh, goddammit, der wird genautilus hockt, ja. Wenn, wenn der uns... Oh mein Gott, hast du grad den Draven gesehen? Der hat geflasht und dann hat er den Slow danach geklänzt, statt irgendwie nautilus irgendwas... Das ist vollkommen... Oh mein Gott, der hat... Das ist vollkommen relle. Der, der, der coot auch nicht, der Draven. Der, der autoattackt einfach nur. Der coot der uns. Oh nein, wenn der stirbt wird es nicht. Ein guter Draven sollte eigentlich seine Ex der Opfer suchen machen. Der verdient sie mal ihren. Oh, 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 oh. Okay, aber er kaltet gerade den Voli. Geil. 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 Go, go. Oh! E, 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 E. Geh hin und E. Ja, du musst halt... E. E, E, E. Ulti, Ulti. Q, W, Na, Ace? Was? Was? Oh Mann, ich wollte hier Lasted holen und du lässt dir jetzt den Draven holen. E. Der schöne Farm da... Oh, oh, oh. Draven, please. All 100 Dravens. Wir carry'n das gerade, wir haben gerade geacet. Sollen wir Ulten? E, hierfür Ulten. E, 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 E. Ulti-Skill, nice. Äh, wir haben kein Money. Noch nur 11. Oh, da kommt Thresh, der wird sharen. I'm God, ja. Also Infimum hat zwar eben jetzt nicht so fast gesehen, aber das Kiten danach war okay. Der Teamfight war aber crap. Nice, B. Oh Gott, oh Gott. Always Alone. Schweren. 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 Gut ist halt, dass wir Uli haben. Uli ist so okay, die können den kein bisschen handeln. Mega gut. Schweren. Ja, wenn Uli jetzt noch Calls machen würde, also gute... Wenn Uli jetzt noch so gute Calls machen würde, wie Baron oder so, dann wär halt alles GG. Aber der ist halt boosted. Was macht denn die da? Chasen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Geil! Go! Wir müssen erst Q nennen, Woli, um ihn chainen zu können. Hier da 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 da! Oh Puuu. Flash Flash, irgendwo hin! W... Nein! Ich weiß! Shit! Draven! Geil! Die Gegner sind aber auch komplett Banane, also... Die Gegner sind alle Challenger. Und wir outplayen sie. Der kann den machen, glaube ich. Die Gegner sind so bad. Oh, Finish. Tab. Tab. Achso, hier kann man die Toolsanzeigen ja sehen. Habe ich mich noch nicht dran gewöhnt. Obwohl das schon seit... Also, in 10 Sekunden ungefähr ist halt Zed dann wieder da. Und der will finishen. Das schaffen wir eh nie. Aber wir kriegen vielleicht ein Inhab. Vielleicht. Nice. Nur noch... 700 Gold... Und 140 TS in 36 Minuten haben so manche Porcelipplungs. Also so schlecht ist das gar nicht. Nice. Das ist so tanky. Welches Brosse meinst du so? Brosse 3 oder Brosse 5? Brosse 3. Nice, dann ist es ja echt gar nicht so bad. Kappa. QW Ulti. Back. Ich liebe das immer diese Ws und Ultis vom Lipplops reaktivieren. Das fühlt sich so gut an. Naja... Loll. Okay. Ja, das hat halt QSS. Der Zed macht halt nischt mehr. Geil. Und wir haben halt grad mal unser... Zwei... Unser drittes Item fertig. Oh! Ne, Dodgers! Er hätte einfach die Lantern picken müssen. Oh mein Gott, endet. Ping, 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 ping. Ja. Die Gegner sind so schlecht. Einfach kommen, Mates. Wir können nicht mehr ping, chill einfach. Bitte kommt doch einfach zu uns. Ja, wir haben Super Minions in der Messe. Lass mir lieber überhaupt mal Bot Tower nehmen. Drei Leute sind... Guck mal, die Minions finishen das ja fast schon allein. Wir müssen denen nur helfen. W-w-w-w. Eh? Was? Oh, was? Ich hab gedacht. Oh, goddammit. Oh, goddammit. Okay, sorry. Ich hab gedacht, wir duken da, um den Mingeln Zeit zu erkaufen. Oh, der Hook. Hat ihn gerettet. GG. Du kannst auch einfach... Du kannst auch einfach mit Shift-Enter drücken, dann kommt das Flash. Das ist neu für mich. Wird jetzt echt nicht gefinisht. Und wir verlieren das noch. Ich glaub, wir können das noch verlieren, aber... Ich mein, wir spielen halt Ultra-Boost. Aber... Der U-Dia... Der ist halt schon geil. Hä? Wir haben gar nicht gewonnen. Endlay for carried this game. Hä, es ist doch gar nicht gewonnen. Sollen wir backdown? Ich bezweifle, dass wir das sollten. Ich auch. Aber ich hätte Lust drauf. Wie? Wir haben fast unser Ding. Eine Wave. Draven wirst du gut aneigen. Null. End... Was? Ey, das mit dem Sonnenerf musst du dann einmal du machen, wenn das dir auf die Maus legst, ne? Ja, ja. Aber keine Ulti dafür vorhanden. Kuweh. Ich konnte nicht kuhen, weil du auch kein Minion warst. Vier. Oh, das ist ja voll broken. Okay, ich wusste, dass es Einheiten so anzeigt, aber ich wusste nicht, dass es auch unsichtbare Einheiten anzeigt. Aber die wäre dann eh nicht unsichtbar gewesen, oder? Wow, gute Sonjas. Sollen wir wieder rein? Draven ist tot. Fuck. Wehe. Wir haben versucht uns Head zu erkaufen. Da kommt Z. Wehe. Headboard. Ja, das sollte halt nicht passieren. Wie kommt er denn da drauf? Wen sollen sie auch sonst fokusten? Weil ich genau wie das hockt war. Ja. 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 NEIN! Oh, die hat verloren. Alter ich weiß nicht was der Ui will ey! Wir waren halt gerade komplett unmoored. Also wir haben halt gar nicht aufgefahren! DARIUS! Der... Nexus! NEIN! DRAVEN IST TOT! Draven ist schon wieder gestorben. Nicht eins gegen einen. Nee, weg, weg, Digga! Nein! Ping, 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 ping! Der kann dir nicht eins gegen einsen! Ping! Ping! Wir brauchen nur den nächsten Draven! Der muss weggehen! Digga, geh weg! Ja, der kann nicht weg, weil jetzt... Warum hast du nicht gepinkt? Ich hab doch tausende Pingen gesagt! Gott, nicht... Nee, nicht rein! Nee, der beampft nur, weil wir gerade so, in dem es verlieren. Kann man das schon mal raushauen? G, G. Der... Alter, das ist so ein Porsche, das Spiel. Haha, ich hab's noch nicht mal gemerkt, dass die... Hä? Was? Hä? Alter, dieses Spiel... Wunderschön, wir haben das beide noch nicht mal gemerkt, dass die Gepäck tottert. Haha! Goddammit! Oh, wunderschön! Aber, das war jetzt mal wieder eine Folge von Lukas und Marcel übernehmen Herr Daros Kanal und wir sehen uns vielleicht irgendwann mal wieder, keine Ahnung. Tschüss! Tschüss? Ja, ja, tschüss. Tschüss! Tschüss! Vielen Dank.